Hallo und willkommen zu Galoxi Asperger TV. Ich bin Doro und ich habe euch heute das Thema mitgebracht, das wahrscheinlich sehr viele Asperger-Autisten interessieren wird. Wie überstehe ich eine Geburtstagsparty oder eine große Feier und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Dieses Video soll nicht nur den Aspergern helfen, die sich auf eine große Feier vorbereiten wollen, sondern auch den Angehörigen. Das können auch Eltern von Asperger sein oder Partner von Aspergern. Die gemeinsam auf eine Feier gehen möchten. Immer wieder kriege ich die Anfrage, wie bringe ich meinen Partner dazu, auf diese Party mitzukommen, auf die Hochzeitsfeiertaufe oder Familienfeier jeglicher Art mitzukommen. Er möchte nicht. Ähnlich ist es dann auch mit den Teenagern, die man irgendwo gerne mitnehmen möchte, die sich blicken lassen sollten bei der Familie. Da sind die Erwartungen manchmal sehr groß, die aber überhaupt nicht wollen oder damit ein großes Problem haben und schon Panikattacken haben, bevor es überhaupt irgendwie Tage vorher, bevor es losgeht. Der Schlüssel zu diesem Geheimnis ist eigentlich immer wieder diese Vorbereitung. Sobald jemand weiß, was ihn erwartet, wird es für ihn viel leichter. Das handelt sich sowohl ums Kind, wie den Teenager, wie auch den Partner. Wenn ihr also jemanden, euer Kind, euren Teenager oder Partner mitnehmen wollt auf ein Event, auf eine Feier oder etwas, was euch wirklich wichtig ist, dann bereitet entsprechend vor. Gebt genug Zeit, plant genug Zeit ein, um demjenigen ganz klar zu sagen, was von ihm erwartet wird. Ich gebe euch jetzt zunächst einmal ein Beispiel für eine Kindergeburtstagsfeier, damit ihr wisst, wie detailliert das geplant werden sollte. Ihr müsst also euer Kind darauf vorbereiten, dass Tante Emma Geburtstag hat und dass da alle hingehen und dass die Familie dahin geht und dass es eine wichtige Tradition ist, dass man sich am Geburtstag besucht. Euer Kind wird vielleicht überhaupt nicht einsehen und verstehen, wieso das jetzt wichtig sein sollte. Diese Tante Emma, die will einen immer nur drücken und knutschen und das ist eh alles unangenehm und die vielen Fragen und die lauten Leute, das ist nicht schön. Wenn euer Kind das so auch ausspricht und zeigt und sagt, was ihn stört, dann könnt ihr irgendwie eine Vereinbarung treffen, wie ihr dem Kind Freiräume schafft, sodass es nicht an all diesen qualvollen Dingen teilnehmen muss. Und überlegt euch das vorab, welche Beschäftigung kann das Kind mitbekommen? Wo wird sich das Kind zurückziehen können? Sprecht das, wenn es möglich ist, auch mit der Familie ab und schaut, dass ihr euer Versprechen, dass ihr das Kind nicht überlastet, auch wirklich einhaltet. Wichtig ist es immer auch, dass derjenige weiß, das Kind oder Teenager-Partner, wer ist anwesend? Mit wem wird gerechnet? Wird es vielleicht Überraschungsgäste geben oder Leute, die nicht bekannt sind? Wie viele davon? Was ist das für ein Anlass? Ist es ein besonders edler Anlass? Was muss angezogen werden? Was ist der Dresscode? Das nennt man so. Also was wird erwartet, dass welche Kleidung wird erwartet, dass man anhat und welches Benehmen wird erwartet? Wird es eher eine steife, also sehr förmliche, höfliche Feier oder wird es einfach nur eine Spaßparty? Besprecht auch das mögliche Geschenk, das mitgebracht wird. Eurem Kind solltet ihr noch erklären, warum werden Geschenke mitgebracht? Warum gibt es überhaupt Geburtstagsfeiern? Warum feiert man diesen Tag? Mein Mann zum Beispiel und auch mein Sohn, die können Geburtstagsfeiern nicht besonders leiden, beziehungsweise ihre eigenen Geburtstage sind denen völlig egal. Also mein Sohn ist da auch wirklich sehr abgewandt von. Er möchte das nicht feiern. Er findet das eher unangenehm, da so im Mittelpunkt stehen zu müssen und diese ganze Geschenkerei und Beglückwünscherei ist ihm völlig, wieso, wozu eigentlich? Und mein Mann war ähnlich. Er hat dann mit den Jahren akzeptiert, dass es für sehr viele Menschen wichtig ist und dass er da auch eben sich ein bisschen beteiligen sollte und er macht das auch, aber so wirklich innerlich bedeutet ihm das einfach überhaupt nichts. Meine Tochter hingegen ist da anders. Ihr ist ihr Geburtstag sehr wichtig, eine neue Zahl zu bekommen, eine neue Zahl in ihren Alltag zu integrieren und sie braucht das auch visuell. Sie kriegt dann auch immer eine große Zahl von mir für das entsprechende Alter, das dann auch in ihrem Zimmer oder an ihrer Tür hängt und natürlich auch feierlich vorher irgendwie im Wohnzimmer dekoriert wird. Also für sie ist das ganz anders wichtig. Für sie ist die Zahl dann auch sehr, ja, hat eine sehr große Bedeutung für ein ganzes Jahr und sie bereitet sich ein ganzes Jahr lang auch auf die neue Zahl dann irgendwie ein Stück weit vor. Jetzt gebe ich euch noch einen Fun-Fact und zwar, woher kommen die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen? Es ist natürlich auch eine Frage, die kann ganz, ganz klar von einem Asperger-Kind kommen. Wieso macht ihr Kuchenkerzen da drauf und zündet die an und wieso muss man dann pusten und sich dann auch noch Glück wünschen oder irgendwas wünschen, das dann angeblich in Erfüllung geht? Das macht ja alles gar keinen Sinn. Das wäre eine typische Asperger-Frage und ich habe euch jetzt den Fun-Fact mitgebracht, dass ich euch erkläre, woher dieser Brauch kommt und wenn es angebracht ist, dann könnt ihr so einen Fun-Fact natürlich auch mit auf eine Feier mitnehmen. Also wenn ihr seht, oh, da ist jetzt eine runde Torte mit Kuchenkerzen drauf, dann kann man sagen, hey, ich habe dir eigentlich gewusst, woher dieser Brauch kommt. Ihr sollt dann nicht als Asperger jetzt sehr belehrend sein und den Klugscheißer raushängen lassen, sondern einfach gucken, ob jetzt gerade irgendwie das in die gesellschaftliche Runde passt, in lockerer, heiterer Stimmung so einen Fun-Fact zu bringen. Jedenfalls könnte das sehr vergnüglich sein, wenn ihr es nicht zu weit ausdehnt. Also nur kurz und knapp und wenn noch Nachfragen kommen, dann könnt ihr noch ein bisschen was hinzufügen. Nun zu dem Fun-Fact. Geburtstagskerzen auf einen Kuchen zu stecken, das hat man schon im 15. Jahrhundert in Deutschland gemacht. Und zwar hat man damals gedacht, dass Kinder an ihrem Geburtstag besonders anfällig sind für böse Geister. Und um dem entgegenzuwirken, hat man Licht in den Raum gebracht, Kerzen waren ja auch eher noch was Besonderes, und hat damit verbunden, dass man dem Kind Glück und Segen wünscht und dass die Kinder den Geburtstag auch überleben. Das ist jetzt so eine Tradition gewesen, so eine Idee. Auf jeden Fall kommt daher auch der Gedanke, dass man sich beim Kerzenauspusten etwas wünschen darf, das dann in Erfüllung geht. Eine andere Tradition kommt von den alten Griechen und der Göttin Artemis. Der hat man nämlich auf runden Platten einen Honigkuchen geopfert, der mit Kerzen geschmückt war. All diese verschiedenen Bräuche, die sich überlagert haben und immer wieder überlagert haben über die Jahrhunderte hinweg, die sind bei unserem heutigen Geburtstagskuchen mit Happy Birthday singen und Kerzenauspusten und sich was wünschen, geendet. Ist ein Fun Fact. Auf jeden Fall sind für neurotypische Menschen Traditionen und Bräuche und solche Dinge extrem wichtig. Wir orientieren uns an diesen Ritualen und es gibt uns irgendwo Stabilität und Halt. Autistische Menschen mögen auch Rituale und diese Rituale geben ihnen auch, besonders in der Tragestruktur, Halt und Sicherheit. Und für uns sind es eher die Feste, die im Jahr geschehen und die wir besonders zelebrieren wollen. Vielleicht könnt ihr dadurch als Asperger-Autisten auch ein bisschen mehr wertschätzen, wenn jemand eine große Feier machen möchte, wenn er die Hochzeit feiern möchte oder das Geburtstagsfest, ein runder Geburtstag. Vielleicht macht es so für euch ein bisschen mehr Sinn, warum wir neurotypische Menschen so viel Wert drauflegen. Es ist vielleicht wirklich vergleichbar, wie für euch eure kleinen Rituale im Alltag wichtig sind und viel bedeuten. Wie also könnt ihr euch darauf vorbereiten? Kindesbeispiel habe ich schon euch Eltern mitgegeben. Schaut, dass ihr so viele wie so viel wie möglich Details erklärt und Fragen beantwortet. Beim Teenager ist es ähnlich. Da kommen dann aber auch noch so Details hinzu wie, wie begrüßt du denn die Gastgeber? Ist es ein Handschütteln oder ist es etwas mit Umarmung oder mit Küsschen? Wie viele Küsschen? Es ist in jedem Land ein bisschen anders. In der Schweiz gibt es drei Küsschen, in Deutschland gibt das vielleicht zwei Küsschen oder auch nur einen. Es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie sich begrüßt wird und das ist auch natürlich von Gesellschaft zu Gesellschaft, Familie zu Familie nochmal verschieden. Daher bereitet euer Teenager drauf vor. Das gilt auch genauso für den Partner. Für den ist es auch einfacher, wenn er weiß, wie begrüße ich die Gastgeber oder die Freunde. Was passiert als nächstes? Wo werde ich sitzen? Welcher Platz ist für mich angedacht? Gibt es Platzkarten oder muss ich mich irgendwo dazusetzen oder was aussuchen? Mit wem soll ich mich unterhalten und wo muss ich mich nicht unterhalten? Das sind alles ganz wichtige Details, die uns neurotypischen Menschen total natürlich kommen und wir lassen das spontan auf uns zukommen. Aber für autistische Menschen ist das eben nicht so einfach, mit so einer Situation umzugehen und je mehr ihr darauf vorbereiten könnt, je mehr sachliche Informationen ihr geben könnt, umso williger wird derjenige sein, mitzukommen, weil er dann einfach weiß, was auf ihn zukommt und wie er sich benehmen soll und die Angst davor, sich zu blamieren, etwas falsch zu machen, dieses Unwohlsein, das könnt ihr schon mal nehmen. Der andere Punkt, warum für manche Autisten diese Geburtstagsfeiern und Feste so schwierig sind, auch Weihnachtsfeiern, Ostern, egal was, ist, dass es sehr laut ist und sehr bunt. Das ist das andere, wo ihr einfach vorab absprechen könnt und solltet. Wie kann man das planen, dass es für den autistischen Besucher dieses Festes auch einigermaßen erträglich oder sogar angenehm wird? Zeitangaben sind auch hilfreich, wenn ihr eurem Teenager sagt, okay, die erste Stunde werden wir beim Kaffeetisch sitzen und uns dort unterhalten. Du kannst dich unterhalten mit deiner Schwester oder mit deinem Cousin oder mit deiner Oma über dieses und jenes Thema. Es hilft auch manchmal eine Liste zu haben mit Themen, die man besprechen könnte und die mitnehmen, in die Hosentasche auf dem Klo mal kurz draufschauen und ein neues Thema finden. Das sind alles so Stützen, die helfen, die Situation zu erleichtern. Und eben auch ganz klare Zeitangaben. Nach einer Stunde kannst du dann mal was anderes tun. Du darfst auch mal nach einer Stunde an dein Handy gehen oder du darfst dich nach einer Stunde mal irgendwie auf die Couch setzen, statt am Esstisch mitsitzen zu müssen. Und diese Zeitangaben auch, wie lange man dort bleibt, wie lange es erwartet wird, dass man als Gast anwesend ist. Das alles ist enorm wichtig und hilft, den ganzen Stress, der vorab entsteht, weil man eben diese Ungewissheit hat, den zu mindern. Ganz wichtig ist für mich immer Transparenz. Teilt eure Gedanken mit. Ihr müsst wirklich wissen, dass der andere überhaupt nicht weiß, was in euch vorgeht. Das gilt auf der einen autistischen Seite, wie auch auf der neurotypischen Seite. Ihr wisst beide nicht, beide Parteien wissen nicht, was in dem anderen vorgeht. Und deswegen seid transparent. Teilt im Detail eure Bedenken und eure Fragen und eure Gedanken mit und erfragt das auch beim anderen und hört zu. Also nicht sagen, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist kein Zuhören. Hört wirklich zu, was der andere sagt und nimmt es wörtlich. Nehmt es ernst. Ich kann mir vorstellen, dass so auf diese Art und Weise es auf jeden Fall viel besser laufen wird, wenn ihr jemanden mitnehmen wollt auf eine Feier, dem das eigentlich nicht so recht ist. Und vielleicht kann derjenige dann auch ein bisschen Gefallen dran finden, sich mehr öffnen, wachsen und vielleicht in Zukunft auch damit überhaupt keine Probleme mehr haben. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, Themen, Anliegen, schreibt mir immer gerne. Adresse ist unten. Wenn ihr Coaching oder Beratung braucht, eins zu eins, auch unten ist meine E-Mail-Adresse und meine Web-Adresse. Meldet euch, schaut euch mein Angebot an und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Dienstag wieder. Tschüss!